Entschuldigung, hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir schauen mal. Ich habe irgendwas gelesen von, dass man irgendwas angucken soll. Anstarren soll. Hm, da passiert gar nichts. Oh Mann. Irgendwas sollte man zeigen, ich weiß nicht mehr was. Vielleicht hier. Dabei ist der Schrank. Schauen wir mal. Oh, lecker. Oh. Das war's. Machen wir mal. Okay, gar nicht. Hier soll ich auch was machen? Oh. 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 Okay. Ja, wo soll Dietrich sein? Verlassenes Farmhaus, damit eine Familie verbrechen lassen wird. Das ist sicher. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? Drei Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lukas. Offenbar ein schwarzes Schaft. Ach, Mist! Warum hab ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße! Gut, dass ich gelimpft bin. Obwohl, das wär ein toller Hintergrund. André, was machst du? André? André! André! Weißt du, wo André hin ist? Aha. Warte. Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich mein Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy? Du bleibst bei mir! Warte. Was war das denn? Hast du's gehört? Ja. Was war das denn? Was war das denn? André? André, wo bist du, Mann? Was zur Hölle? So, das ist ein verdammter Witz sein. Okay, neuer Plan. Wir finden, André, und gehen nicht mal einen Scheiß auf die Sendung. Ja, da komm. Hallo, motherfucker. Und, was denkst du so? Du zuerst. Ich brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Was ist du? Was ist? Nichts, André, Saut. Was ist der Lass? Was ist der Lass? Was ist der Lass? Ich war's. Ich war's. Ich war's. Das war's. Hm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Das auch vielleicht? Was ist das? Ich denke, ich habe ihn mit ihm geholfen. Oh, come on. Ah, ah, ah. Ich komme nicht ganz dahinter. Auch wenn die Uhr läutet, wird Grace nicht mehr wach, sie schläft, eingefärscht in ihren letzten Gemach. Guck mal, dann hab ich schon das, ne? Warum sind die jetzt trotzdem nicht? Hm? Hm? Ja. Ja. Niesukangis Okay, zwei. Hmm. Oh, 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 oh. Hm. Okay, und jetzt vielleicht? Hm, na was soll ich denn noch sein? Oh, Muni. Oh, Muni. Ja, da möchte jemand eine Dusche machen. Ja. Haben. Ja. Okay, vielleicht jetzt. Ja. 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 Ich glaube, ich schaue mir nochmal die Einzelheiten selbst an, schreibe sie auf und dann nehme ich das ohne VR, weil... Ich glaube, ich schreibe sie auf, schreibe sie auf. Ich glaube, ich schreibe sie auf, schreibe sie auf, schreibe sie auf, schreibe sie auf. War kaum mehr mit mir, oder was? Das Bett, kalt und hart, es stört den Film nicht. Er träumt seinen Traum von ewigem Licht. Ein Bett. Ok. Nog acht Minuten. Und dann. Okay. Nog acht Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Oh mein Gott, du Motherfucker. Scheiße. Schlechtes Ende. Willkommen in der Familie. 24. Januar 2017. Jetzt kaufen. Scheiße. Also da kommt man auch nicht durch. Okay, Leute. Dann war es das. Und ich informiere mich auf jeden Fall, wie man das gute Ending kriegt. Und da spiele ich dann nicht in VR, weil ich dann gucken muss. Ja, das war es von mir. Tschüss.